Hallo und willkommen zu einer neuen Runde EverQuest 2, wieder mit dem Ranger auf Deutsch Waldläufer. Und ja, wir gucken jetzt mal was wir hier noch so abschießen können, beziehungsweise vielleicht noch ein paar Quests suchen können. Ähm, ich sehe davon. Und gleich eine Reha, sehr schön. Zieh nämlich da vorne gerade eine Quest. Können wir uns gerade mal nehmen. Gleich. So. Dann gucken wir mal. Na ja, jetzt kommt der Rost hier weg. Und ich habe schon wieder die Leiste weggemacht. Das ist ja immer wieder typisch. So. Mal gucken. Ups. Ja, ja, ja. Lager nett. Haben wir das schon mal. Warum schiebt sich denn immer diese blöde Kamera weg? Naja, gut. Egal. So. Oh, langsam reicht es mir aber hier, du. Jetzt ist langsam mal gut. So, jetzt brauchen wir noch einen. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt war es schon. Jetzt können wir die Quests wieder abgeben. So. Dann hoffen wir wieder zu dem Typ hier. Geben das ab. Oh, das ist ein Fragezeichen. Das nehmen wir mal mit. Oh. Oh, haben wir noch nicht. Super. Oh. Und wir haben Handschuhe bekommen. Wollen wir mal gucken. Ja. Ja. Die sind immer einiges besser. Den nehmen wir. Sehr, sehr schön. Ja. 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 Okay. Nehmen wir die erstmal kurz mit. Ah, nichts gefunden. Prima. Ja. Ja. Komm her, du. Ah. Ups. Sorry. Ja. Komm schon. Bisschen Geld mitnehmen, das ist immer gut. Fragezeichen nehmen wir auch mal mit. Mann nervt das hier. So. Nehmen wir das auch mit. Die haben wir noch nicht. Die nehmen wir auch mit. Die haben wir noch nicht. Die nehmen wir auch mit. Ja. Komm schon. Oh, dieses blöde Verschiebe. Das ist echt nervig, du. So. Na komm her. Schießen kann ich nicht. Mist. Na komm schon. Na, komm schon. Mein Gott, Leute. Also irgendwann ist einmal genug. Na, komm schon. Prima. Wenn wir hier sind, können wir das auch erstmal mitnehmen. Sehr schön. Gleich noch eins aufgetaucht. Prima. Oh, oh, oh. Das wäre ein Feind. Das wäre blöd. Jetzt kannst du ja viel Holz, so. Und ein Reha. Prima. Also besser geht's nicht, du. Sehr schön. Und Level 7. Cool. Oh, ich muss mir echt mal bessere Waffen holen. Das ist echt nervig. Ein Fragezeichen. Was ich nicht sehen kann. Sehr schön. Habe ich noch nicht. Zimmeln wir das mal mit auf. Weiß ich nicht, ob man es irgendwie mal gebrauchen kann oder so. Sehr, sehr, sehr schön. Prima. Na, komm schon. Ach, Mann. Leute. Was ist die 10 Jahre, um so ein Vieh kaputt zu machen? Ah. Okay, die Quest. Ja. Die kennen wir. Ah, ne. Der kann ich gar nicht. Okay. Okay. Ich muss mal gucken, wo das, dieses, ähm, Dings ist, dieses, ach, ich schwimm da so'n. Ein Boot ist das nicht. Das ist irgendwie so eine Platte. Aber wo ist die? Kannst du irgendwie als andere Ufer mit? Aber muss ich erst mal suchen. Wenn man alles schön mitkommt, können wir alles irgendwann mal verhökern. Geld kann man immer gebrauchen. Und wieder eine, die wir gebrauchen können. Ich kann's schon wieder nicht sehen. Das ist echt nervig, du. So. hat es lieblich ja nichts gefunden. Wenn du den Mist braust, findest du's nicht. Typisch ist das. Das ist immer so. So. Na. Komm schon. Gehen wir jetzt mal ver... Upsa. Verkaufen. So. Da können wir schon mal das Geld lagern. Für später. So. Und jetzt guck ich mal nach diesem... Boot, was mich da rüberbringt. Da ist es doch. Prima. Mal, bis das wieder da ist. Können wir mal noch ein paar Viecher platt machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich werde es dir. Prima. Ja, wo ist es denn? Da kommt's. Sehr schön. Jetzt sind wir mal schnell mit. Damit ist die Sammlung voll. So. Wollen wir mal rüber gehen. Rüberfahren. Wie auch immer. Sehr schön. Ah, die sind hier schon ein bisschen höher. Das ist gut. Da kriegst du noch mehr EP für. Sehr, sehr schön. Da ist das schon mit der Einfragezeichen, sehe ich. Sehen wir mal mit. Lesen das ein. Sehr schön. Na. So. Dann war ich mir mal. Ja, erstmal kriegt ich noch einiges mehr Perz drüben. Ja, erstmal kriegt ich noch einiges. So, Fallzeichen schnell mitnehmen. Können wir auch einlesen, sehr schön. Na komm schon, greif an. Na super. Es ist gleich zwei Bären am hinteren Hängen, auch nützlich. Ich möchte dieses Fragezeichen haben. Okay. Okay. Das war's für heute. Sehr schön. Jetzt haben wir gleich ein Level. Das ist doch super. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Na super, und der taucht aus dem Nichts auf. Das war ja klar. Das ist doch immer so. Kaum ist der eine tot, kommt der nächste an. Dann haben wir das schon mal fertig. Ui, ein Reh hat sehr schön. Lang nicht mehr gehabt. Entdeckungs-Update, aber nicht schlecht, wieder ein Fragezeichen. Hab ich schon... So, bei der Quest steht, ich brauche jetzt noch zwei, drei Sonnenfische. Mal gucken, wo ich die angeln kann. Aber ich glaube hier irgendwo noch... Aber ich glaube hier irgendwo noch... Ja. Ich sehe wieder nichts. Schlecht. Sehr schön. Sehr schön. Na komm schon, das gibt's doch nicht. Ich bin da mal was gegangen, das ist Weihnachten. Na komm, schlag doch zu. Ich bin da mal was gegangen. Einfach mal alles mitnehmen, man weiß ja nie, was man noch so ein bisschen zu Geld machen kann. Viel Geld ist es nicht, aber... Ein bisschen was. Kann ich mir vielleicht auch endlich mal bessere Waffen holen, weil die sind echt... Die, die ich jetzt habe, sind ein bisschen ätzend. Oder einfach hin nach oben, ob wir den kriegen. Zwei entfernt, aber prima. Boah, dass sich das immer verschiebt, das ist so ätzend. Das gibt's ja wohl nicht. So. So. Jetzt warte ich kurz, bis der wiederkommt. was? 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 Na, jetzt zurück. Okay. So. Jetzt aber... Na komm, schlag zu. Und eine Kiste. Erstmal schwer verletzt und ein Ohrring. Sehr gut. Nehmt mal mit, das habe ich schon. Habe ich schon. Riesen immer viele Fragezeichen. Vier Stück. Habe ich schon nicht. Kann ich schon mal einlesen. Habe ich schon. Na, also langsam reicht es doch. Habe ich schon mal. Habe ich schon mal ein wenig. Habe ich von. Was ich. Habe ich schon mal. Ja, komm schon. Hol ein Fragezeichen. Sehr schön. Gleich neben mir aufgetaucht. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Alle Grau, das bringt mir gar nichts mehr. Na komm schon. Okay. Jetzt sind wir mal ein bisschen schneller laufen. Jetzt dauert ziemlich Jahre, bis wir da sind. So. Okay, bleib erst mal hängen. Prima. Gebietsupdate und Level 9. Das ist sehr, sehr schön. Gehen wir mal hier hoch. Boah, fast wieder halbes Level nur mit Gebietsupdate. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Sehr, sehr schön. So. Okay, damit keins. Dann gehen wir erst mal kurz da kaufen. So. So. Egal. Egal. So. Da. Gucken wir erst mal. So. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Nix. Nix. Hinter. 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 Da ist er doch. ganz schön teuer. Na ja. Gucken wir mal. Ich muss mit meinem alten Bogen erst mal klarkommen. Meine alten Waffen. Weil es ist ja Schwachsinn, wenn ich jetzt da Platin ausgeben würde, was ich nicht habe. so. Das wäre ja Blödsinn. Oh, da kann ich mir eine Quest abgegeben. Gucken wir mal. Sehr schön. Was ist das? Ah. Das ist wie die Bank. Cool. Was haben wir denn da? Ja. 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 Das geht da eigentlich. Ja. 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 Oh, jetzt ist hier alles drin. Dann können wir, haben wir wieder. Die können wir auch. Da können wir mal ein paar Sammlungen. Ne. Ach, das ist eine. Ah, okay. Okay. Ist ja auch wurscht. Prima. Schöne Häuser gibt es hier, aber schweineteuer leider. So, meine Lieben. Das war ein kleines Gameplay. Wieder mit dem Ranger, auf Deutsch Weitläufer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.